Aber auf Höhen, glänzend Weiß, auf des Gletschers kühlstem Eis, mein Kristall ist schloss erlaubt. Heute ist der Alpenkönig los. Es gibt ja keinen Alpenkönig. Nicht? Nun, wann werde ich Sie wie meine Großmutter verehren? Oh Gott, das ist ein Spiel gefallen! Der Alpenkönig! Ich bin schon die Hüte auf! Ich bin falsch! Au! Aja! Die meiste Zeit, um die Hüte zu hüten, beginnt es noch nicht. Der Alpenkönig los! Kurzeron, wir wollen alle fort! Ich versichere euer Gnaden, ich und zwei gar nicht. Aber ein Herr, der sich euer Gnaden verraten wird, in dem ich in jeder Konzesse steigen. Ich bin kein Menschenfreid. Aber ich habe ein Stubenmädelhass. Wer ist es nicht als eine giftige Mädelhass? Ich habe es hier kosten und bin toll davon geworden. Und dann schlägt das Stubenmädelhass. Hey! Dichchen! Da rein mit dir! Ich habe etwas zu reden mit dir! Was stehst du denn da? Und sicherlich! Ich stehe ganz weit nach, wie sie das tut! Hilfe und Freunde! Der hat ja noch. Boah, ich bin! Der hat auch in meinem Herz! Das wäre nicht! Also das ist die Ursache, die mein Mann in einer solchen Mund geraten ließ. Des Mordes! Hätte er mich verdächtigt? Du wirst als Bruder deiner Frau erscheinen. Oh mein Gott! Mein lieber Bruder! Entsetz dich! Ist halt doch mein Kind! Aber ich hätte nicht mein Vater drin! Was ist das? Ich muss mich kissen! Schade! Ich bin ein Menschentrein und komme in eine Küsserei hinein, die gar keine Echte nennt. Ich werde keines Menschen treuern. Und sie ist nur nicht schon mal die Ansehnung. Denn sie ist mir übernächtig. Ich kann mich doch nicht rein und müde halten. Das nicht, aber wer erinnert sich an einen eigenen Rippern zu lassen.